So, da sind wir auch schon wieder zurück, nämlich wir müssen die Aufgabe machen, Fügel-Schaden mit Impulsgewehren zu. Ihr seht, ich habe schon 247 von 500 hingekriegt. Das hier ist das neue Impulsgewehr, damit müssen wir einfach nur Schaden machen. Ich wollte jetzt nur mehrere Sachen einfach mal ausprobieren. Ah, da kommt gerade ein Gegner. Ganz ehrlich, ich feiere die Waffe bis jetzt nicht so wirklich, weil die ist halt schon ziemlich langsam. Die macht zwar mehr Schaden, aber so richtig warm werde ich mit dieser Waffe echt nicht. Ich kann mal gucken, ob man hier oben... Ich werde natürlich weggesnipet. Natürlich! Lange, lange ist es her, die Sniper ist wieder zurück im Spiel. Aber wie gesagt, mit dieser Waffe müsst ihr halt den Schaden machen. Insgesamt 500 sollte machbar sein. Ich mache das Ganze natürlich in Gruppenkeile, aber ich habe gefühlt, sind hier mir einfach zu viele Gegner gerade. Gucken wir mal, da haben wir nochmal 30. 30. Die schießt halt echt verdammt langsam, habe ich das Gefühl. Warte mal, gucken wir mal, ob man hier noch... Ja, ja, ist klar, wir kennen euch hier. Ja, du von hinten, du Lollik. Jetzt sind wir bei 313. Aber ich denke mal, jedem sollte jetzt klar sein, was hier zu machen ist. Ihr seht ja, wie die Aufgabe sich ganz langsam voranschreitet. Ist auch eine Gruppenaufgabe, aber ich glaube, mein Teammate hat die Waffe gerade selber nicht. Aus dem Grund ist das Ganze nicht ganz so leicht. Aber, wie gesagt, in Gruppenkeile machbar. Wäre schön, wenn er die Waffe hätte. Nein, hat er aber nicht. So, ich mache die Aufgabe dann auch gerade ganz schnell fertig. Wenn ihr Support da lassen wollt, natürlich gerne ein Like da lassen. Wenn ihr noch kein Abonnent seid, gerne ein Abo raushauen. Und in dem Sinne würde ich sagen, setze ich mich dann an die letzte Aufgabe. Und haut rein. Seid ihr rein. Vielen Dank.